Hallo, aufgrund einiger Nachfragen wollten wir uns heute noch mal den Durschlepp-Ozorn etwas genauer anschauen. Wir gehen heute auf die Verkleidung von unserem Ausstellungsgerät etwas genauer ein. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Frazka-Kalksteinverkleidung. Kalkstein ist ein natürlicher Stein, welcher sich aus Sedimentablagerungen über Millionen Jahre gebildet hat. Der Stein für die Verkleidung des Rosberg-Ozorno wird in den Balkanregionen gewonnen. Es handelt sich um einen sogenannten Muschelkalkstein, das lässt sich besonders schön an den einzelnen Muschelreinschlüssen erkennen, die an allen Seiten des Ofens zu finden sind. Das gibt jeder Verkleidung einen sehr individuellen Charakter und einzigartige Strukturen. Jeder Ofen ist also ein echtes Unikat. Ausstellungsgerät. 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 Bis zum nächsten Mal.